Wir treffen uns bei der Wormatia. 100 Jahre Tradition und Fortschritt. Da können Sie was erleben. Wormatia Worms in der Fußball-Regionalliga West. Leidenschaft, Spannung und Dramatik. Live. Powered by RNF. Waldhof-Fans demonstrieren gegen Datenspeicherung. Gut 500 Fans des Fußball-Regionalligisten SV Waldhof-Mannheim demonstrierten beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern vor dem Fritz-Walter-Stadion gegen die Sicherheitsmaßnahmen von Polizei und Vereinen. Waldhof-Fans hatten nur eine Eintrittskarte bekommen, wenn sie vorher ihre Personalien angegeben hatten. Hintergrund waren die erheblichen Ausschreitungen durch Anhänger beider Vereine vor dem Hinspiel. Das ist ein ungeheurer Aufwand für ein Regionalligaspiel. Wir sind also mit mehreren hundert Leuten im Einsatz. Aber das war einfach erforderlich. Nach dem Spiel wurden die Fans von der Polizei zum Bahnhof eskortiert. Die Heimfahrt in Bussen verlief friedlich. Mehr zu diesem Thema sehen Sie im Sportreport.